Na jo, holen wir uns jetzt Harvey. Ach nee, erst mal Ray. Also mein Charakter darf nicht draufgehen, es wäre traurig für den Jungen. Danke. Deine Frau ist ja schwanger, ist egal, das Kind kennt ich nicht. Du bist besser. Wollt ihr, wenn er es nicht ist. Du wirst. Trist mir. Hier. Hey, 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 wo denkst du, du gehst? Ja, wir sind hier mit jemandem sprechen. Was ist das Problem? Was denkst du, das ist, ein Kaffeeshop? Das ist ein Konstruktionplatz, du kannst nur hier einfach waltzen. Gut, action. Was denkst du? Ja, wir haben Zeit für das. Whoa, whoa, hey, ich kenne die Beobachter. Du wirst was? Hey, relax. Keine Worte, ich habe das. Was ist dein Name? Was hast du mein Name? Was ist dein Name? All right, es Larry. All right, Larry. Das ist wie es wird. Ich und mein Freund hier, wir gehen in da, wir sehen deinen Boss, Ray. Once wir tun das, ich werde brechen alle Böne in seinem Körper, bis ich die Informationen, die ich brauche. Now, think long and hard about what you're going to say next. If it's not going to be, hey, guys, you're welcome, then we have a problem. Wait, are you serious? Do I look like I'm joking? Do I? Oh, okay, then, I hate that guy, so, uh, you're welcome. Go ahead. See? We're all friends here. Yep, thanks. Where can I find him? It's easy, just ask him around. All right, Larry, thank you. Yeah, you're welcome. Jetzt müssen wir wieder mit anderen Menschen reden. I guess that's one way of doing it. Well, it worked, didn't it? It did, but you know, being nice can work too. I'm sure it does, but I can't help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right, you were probably just a sweet little boy. No, I wasn't. I don't know what you're talking about. Relax now, tough guy. Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you honest. Keeping me honest about what? You being a nice little boy. Hey! Blöd, man. I'm going to be honest with you. I'm looking for your foreman. To beat his ass. Really? Now that sounds like a great idea to me. Right? You know what it is? Yeah. Take the elevator. It's further down. Nett. Will ich den Aufzug? Ja, dem... Oh, Aufzug. Warte, hier ist auch noch einer. Come in. Over. Hey, I'm looking for your boss. So am I. But this piece of shit don't work. God, hey there. You wanna have a go? You should do what I do when things don't work. Yeah, what's that? Hand it over. Okay. Here you go. Try it now. Hello? Anybody? Over? We're still not working. Come on, come on, come on, come on. You're about to go down, my friend. Let's do this. Three, two, one. Ha, you can't handle it. Anyone see my bell? Oh, God, ich kann nicht so da drücken. Yeah. Haha. Oh, God. Hilfe. Jetzt hätte ich lieber die Maus und Tastatur. Nein, komm. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Äh, äh, äh. Verdammt, gib auf. Scheiße. Komm, 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 komm. Nee. Nice. Bist du aufgibst. Oh, verdammt. Ja, ja, ja. Ich kann nicht so lange. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Oh, nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Oh, ich krieg gleich einen Krampf. Verdammt, gib auf. Nein. So, Leute, heute die ganze Folge lang Arm drücken. Du kannst nicht mehr. Ja. Verdammt, 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 verdammt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hatte diese Spannung. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, wirklich gar nicht mehr. Oh, mein Daumen. Oh, ha. Entspannung, um, und jetzt Schlussspurt. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, fuck. Nee. Kannst du vergessen. Verdammt. Ja, ja, komm. Ha, du kannst es nicht hinbekommen. Nein. Ach, scheiße. Ja. Ich kann das den ganzen Arm. Ich kann es nicht hinbekommen. Ich kann es nicht hinbekommen. Ich höre dich komischerweise nicht klicken. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, weil ich das hinter dem Mikrofon mache. Den Controller halte ich hinter dem Mikrofon. Ja, ich kann es auch vor das Mikro halten. Was jetzt? Nicht genug. Ja, verdammt. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich gebe nicht auf. Nee, ich auch nicht. Ich habe die ganzen Armzeit. Oh, ich kann langsam nicht mehr. Jetzt gebe doch mal auf. Ja, ich kann es nicht hinbekommen. Ja. Ja, verdammt. Hast du das jetzt absichtlich aufgegeben? Ja, ich wollte dich auch mal gewinnen lassen. Hast ja schon beim Basketball nur ein Tor geschossen. Oh, scheiße, mein Arme. Oh, Longhive Muskelkater. Ist ja schon ein Extremsport hier. Was ist das? Was zur Hölle schaue ich mich? Ja, das ist ja bestimmt. Ja, es sieht aus, wie du es ausfüllen kannst. Es sind zwei hier. Ich habe dir gesagt, es sollte vier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was bist du, ein bisschen dumm? Ich glaube, du verstanden. Du bist ein Idiot. Oh, nein. Hey, das ist der Typ. Ja, ich sehe dich. Ach, du Scheiße. Oh Gott, muss ich was machen? Wo soll ich hin? Scheiße, Elevator. Geh schneller. Stopp' zu rennen, Devin. Hey, Scheiße. Ja, toll. Ja, la, la. Genau. Oh, richtig krass, die Verfolgungsjagd. Ist schon, boah. Ich kann kaum noch. Hardcore. Krass, ey. Ich bin da. Ah, Scheiße. Au. Oh, das ist toll, dass wir uns ausgepowert haben beim Armdrücken. Vollkommen sinnlos. Nein. Ah, jetzt hätte ich ihn fast gehabt. Oh. Ups, da, ich habe X gedrückt und nicht A. Also, das kann auch passieren. Na, toll. Da fahre ich halt noch mal auf zu. Ah, diese Anstrengung. Scheiße, Mann, geh fast. Echt. Scheiße. Wo will der eigentlich hin, der Idiot? Ich meine, vor allem, weil er nach oben flüchtet. Das ist ja generell immer in Filmen so bescheuert, dass die Leute immer irgendwo hinrennen, wo eine Sackgaste sein wird. Ja, das haben wir ja schon bei Scream gelernt, ne? Dass man nicht nach oben flüchtet. Huch, ich hänge. Wo soll ich hin? Na, toll. Ist ja super, dass ich jetzt nochmal X drücken muss. Oh, Mann. Ich komme. Ich habe ihn gleich. Ui. Nee, schlecht. Ist ja wie beim Polizeitest hier. Oh, fuck. Wie hier doch richtig? Wohin? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt fahr ich auf zu. So. Ich auch. Ich fahr auch Fahrstuhl. Okay, scheinbar richtig zu sein. Ich werde ihn töten. Hey, relax. Ich brauche nicht, dass du das jetzt benutzt, okay? Warum nicht? Ja, schau. Wir fokussieren uns auf den Schrauben zu finden. Alles klar. Lass uns gehen. Ja, wir brauchen nur die Information. Mein Gott. Ist dein Charakter doof. Ja. Schießen wir da echt dämlich. Ich bin schneller. Ich... Guck, guck. Ah, da ist er nicht. Ich wollte da durch die Tür gehen. Das wird doch der richtige Weg sein, denke ich mal. Öh. Nee. Hast du Höhenangst? Ja. Das mache ich nicht. Tschüss. Game over. Oh Gott. Boah. Komm her, Miss! Du siehst? Nein. Hm. Wie, müssen wir wieder zurück? Nee. Ah, Cutscene. Schauen wir uns. Er ist wahrscheinlich in der Toilette. Ja, wahrscheinlich in der Toilette. Ha. Hey, er ist hier! Oh. Da drinnen. Ja, komm, schnell, schnell. Hier, Tür. Hä? Achso. Na toll. Ist ja wie das Kind. Warum wollen die immer alle nicht mit mir reden? Ich bin doch voll nett und sympathisch. Oh, cool. Kann ich da auch... Halt! ...hochbringen oder so. Bring ihn hier! Äh. All the way down, Vincent! All the way! Nee, irgendwie geht noch nichts. Ach, ganz nach unten. Ach, ich soll mich draufstellen. Okay. Yay! Huh! Oh Gott, nee, zu hoch, zu hoch. Ach so, jetzt schwenk ich ihn hier erstmal auf die Stadt raus. Oh, nee. Tut es nicht. Hast du ihn gesehen? Nein, ich sehe ihn nicht irgendwo. Ich weiß nicht, wo er ging. Schau mal an. Er muss da irgendwo sein. Oh! Warte, der hat Hackebein her. Ich kann nix machen. Naja, alles gut. Hey, er ist hier für den Quaden. Kass ihn aus. Ja? Ich muss niesen. Zum Unterhalt. Oh, shit! Oh! Timing. Ja, ich renne jetzt einfach mal. Ich hatte ja keine Ahnung, wohin, aber. Oh Gott. Ach du Scheiße. Der ist ja oben auf dem Kran. Und ich bin jetzt Kranführer. Oder auch nicht. Ach so, okay. Oh Gott. Komm mal, Lee. Hey! Du wirst nicht mehr Angst haben. Du bist nicht mehr Angst. Ne. Schneller kann ich nicht. Ja, jetzt kann er nicht mehr weg. Oh, fuck. Ich bin in einer Stunde auch da. Ja, dauert noch ein bisschen. Fuck! Oh. So schneller kann ich nicht. Ja, lass doch los. Da ist doch... Äh, was soll ich denn? Ich kann nichts machen. Hä? Ich häng grad hier irgendwie fest und kann nichts machen. Wahrscheinlich seid ihr noch nicht so weit, wie ihr sein solltet. Naja, wir kämpfen immer noch. Aber... Muss ich schon wieder tippen die ganze Zeit. Hilf mir, ich schaff das nicht alleine. Ich kann nichts machen. Ich stehe... Setz hier fest. Ich kann nichts drücken. Also, ich kann gar nichts machen hier. Ach, jetzt auf einmal. Hä? Okay. Irgendwie, gerade saß er fest. Komm, komm, komm. Wahrscheinlich konnte ich eher springen, als ihr hier wart. Oh Mann, ey. Oh Leute. Schlechteste Verfolgung, sagt immer. Oh Gott, diese Ansicht ist ja furchtbar. Ja, es bleibt stehen. Kann ich dem hier irgendwie den Weg abschneiden? Ja. Nee. Oder? Doch. Ha, ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh Gott, endlich. Ja, direkt der schießen sollen. Mistkerl. Ein Spine halt. Ja. Eben. Ich meine, ist das eine graue, hässliche Stadt. Furchtbar. Ein Spine halt. You're gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. Whoa! A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey Vincent, ich weiß nicht über dich, aber ich sehe hier viele verschiedene Dinge, die diesen Mann reden können. Was sagst du? Leute, komm mal. Ich habe ein paar Ideen. Ich auch. Wir sehen, ob ihr reden könnt oder nicht. Äh, was sollen wir jetzt machen? Foltern. Ja, aber... Oh, ich habe eine Nagelpistole. Ist ja hier wie bei GTA. Was hast du denn da? Du solltest dann sprechen. Ah, ah, meine Arme, Mann. Nächste Mal, ich werde es brechen. Willst du sprechen oder was? Oh, fuck. Ja? Wie geht das? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich macht. Nach der Folter-Szene bei GTA übrigens aufgehört, das Spiel zu spielen. Echt? Wenn das einfach zu doof war, ja. Krass. So schlimm fand ich es eigentlich gar nicht. Ich fand es eher ein bisschen lächerlich. Eine Lamp? Du sollst das Licht in mein Augen legen? Ist das deine blöde Idee? Das wird es schmerzen, dumm. Start zu sprechen. Na komm, jetzt leh doch mal. Bitte, stopp. Oh, hat es? Hast du noch was Schönes? Ja. Ugh. Oh. Oh, willig! Jetzt haben wir zu sprechen. No podcast? Was? Wo gehst du? Lass mich hier nicht! Lass mich hier nicht! Lass mich hier nicht! Lass mich hier nicht! Leute, komm zurück! Warum lässt du denn die Pistole da liegen? Ich glaube, wir gehen nach Mexiko dann. Ja. Wir brauchen größere Schäden als das. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Was machst du? Was sieht es aus? Warte. Komm zurück. Da geht's. Ja, ja. Ich habe einen Kontakt, der uns nach Mexiko fliegt. Das ist gut. Und ich habe eine Idee, wie die Pistole zu holen. Aber wir brauchen Geld. Wir können jetzt nicht riskieren, eine Bank zu holen. Es sind viel einfacher, die Banken zu holen. Wie was? Bürgerläden zum Beispiel. Ein Späti um die Ecke. Das ist ja ein Späti. Späti. Spätkauf. Das ist ein Einkaufsladen. Späti. 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 Krass. So, was ist das Problem, dann? Das Problem ist dieses verdammte Land. Es war so großartig, aber jetzt hat es alles zerbaut. Warum ist das? Wo hast du da, Mann? Die Gaspreise sind verrückt. Oh, okay. Oh, okay. Ah, sorry. Look, I didn't mean to scare you. Well, you did. My apologies, okay? It won't happen again. Just leave me alone. Mhm. Hey, does this place have a lot of business? Yeah, I guess so. Why? Hey. Listen. How about you get your ass out of here? What? What's your problem, man? Where the hell would I want to do that? Cause I'm telling you, that's one. Alright. Hey. Can I help you with something? Hey, ma'am. I don't want to use this gun. So please open the register for me. You're wasting your time. There's barely any money in there. There's barely any money in there. Let me be the judge of that. Open it, please. Oh. Here, look. Here, look. Mench. There's a safe in the back, isn't there? No. There isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. We don't want to hurt anybody. Leo, there's a safe in the back. We should check it out. Steht doch direkt neben dir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier weggehen kann, weil... Ja, dann bleib mal lieber da. Ach du Scheiße. Woah! Let me go! Vincent! Okay, du musst mir helfen. Geh over here, man! Ja, jetzt geh doch weg. Was soll ich tun? Ach so. Au. Zu spät. Hä? Ich hab gedrückt. Ich... Daran lag's nicht. Ich... Ich glaub, es hat zu lang gedauert. Okay, der noch mal. Au. Let me go! Let me go! Let me go! Geh over here, man! Oh nein, die Olle natürlich. Oh nein, die Olle natürlich. Kannst du hier kommen? Sicher ist lockt! Wir brauchen eine Kombination! Das ist das, was ich dir gebe. Das ist das, was ich dir gebe. Das ist das, was ich dir gebe. Was? Da stand ich doch gar nicht. Das ist ja so eine sehr merkwürdige Mechanik hier. Ich weiß auch gerade nicht, wo das sein soll. Was? Was? Wir brauchen eine Kombination! Das ist das, was ich dir gebe. Das ist das, was ich dir gebe. Das ist das, was ich dir gebe. Let's stop. Okay. Don't, don't you! Fuckers, you just wait. Da ist nix. Hörst du die? Hörst du die? Das ist das, was du bekommst! Das ist das, was du bekommst! Das ist das, was du bekommst! Hm. Also ich kann auch nicht auf dich schießen. Ich kann nur in die Luft schießen. Wie? Ich hab gerade noch... Kannst du auf den Safe schießen? Warte, die Klerken. Sie können einen Bewegung machen. Safe ist lockt! Wir brauchen eine Kombination! Komm her! Komm her! Ich werde einfach gehen. Du weißt was? Ich werde weg. Er wird weg. Stopp ihn! Stopp ihn! Oh, Entschuldigung. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Der ist weg, glaube ich. Hm. Ich weiß nicht, wo der ist. Ah! Ich nicht? Mist. Aber der Typ ist weg. Der ist weg. Okay. 1-3-7. 1-3-7! Ja, ich komm ja schon. Hm. Ist jetzt bestimmt nicht gut, dass der da weggerannt ist. Nö. Der holt die Bullen, ist doch klar. Was? 1-3-7? Ja. Warum geht der Alarm an? Verstehe ich nicht. Warte, wir liegen da 3 Dollar. Es ist etwas! Was ist passiert? Warte, Junge! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Warte, Junge! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Warte! 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 Ja! 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 Ja, okay! Du musst etwas machen! Oh Gott! Warte! Oh Gott! Oh Gott! Woah! Ha-ha-ha-ha-ha! Shit! Na gut, dass die hier in der großen Stadt nur einen Polizeiwagen haben! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Vielen Dank.